Als ganz neues Feature ist der Malstift hinzugekommen. Was man damit machen kann, schauen wir uns in diesem Video an. Wir haben hier ein Programm, in dem wir unser Objekt mit Hilfe der Neigungssensoren steuern. Nun verwenden wir die Bausteine aus der Kategorie Malstift. Zuerst einmal verwenden wir Schalte Malstift ein. Wenn wir das Programm testen, sehen wir nun, dass unser Objekt einen Malstift hinterlässt. Mit den Malstiftbausteinen können wir also während unser Programm läuft zeichnen. Wir können dieses Programm nun erweitern. Hierfür nehme ich die Bausteine, wenn der Bildschirm berührt wird. Sowie wische Malstift weg und Stempel. Siehe da, zusätzlich zur Malstift können wir, wenn wir auf dem Bildschirm tippen, die Malstift löschen. Sowie einen Stempel vom Objekt erzeugen. Ich bin schon gespannt, wie du den Malstift einsetzt. Das showt ihr haltet.